Hey, willkommen zu diesem kleinen Minecraft Forge Modding Video. Dieses Video ist nur ein kleiner Anschnitt und zwar, wie man zum Beispiel in der Welt Blöcke generieren kann, denn dies hat sich komplett geändert. Was natürlich auch schön ist, denn sie haben ein sehr schönes System hinzugefügt, wie man ganz einfach richtig gute und schöne Sachen in Biomen hinzufügen kann, wie zum Beispiel Generation von Erzen, Generation von irgendwelchen anderen Features, wie keine Ahnung, Sandblöcken oder so. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen und das ist ziemlich cool. Nur, man darf sich jetzt von diesem alten Konzept des Virtual Generators verabschieden, denn den gibt es nicht mehr. Der ist zwar noch vorhanden, aber der funktioniert nicht und deswegen können wir den auch nicht mehr nutzen. Was aber auch gut so ist, denn der hat eh ziemlich viele Probleme verursacht und hat die Weltgeneration ziemlich langsam gemacht, weil viele Mods leider ziemlich, ja, schlechter drin programmiert waren und andere Chunks gleichzeitig geladen haben. Und deswegen ist das jetzt auch gut, dass es das nicht mehr gibt. Natürlich kann man mit dem neuen System leider auch ziemlich viel Blödsinn machen, wenn man es nicht richtig macht. Ich werde euch in diesem Video nicht viel zeigen, sondern nur zeigen, wie man Blöcke generieren kann. Es gibt dann ganz, ganz viele andere Varianten noch, keine Ahnung, Strukturen kann man auch generieren, das gibt es ja alles jetzt. Das werde ich euch in diesem Video nicht zeigen, da kommt vielleicht mal ein extra Video dazu, aber ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie wir eine ganz einfache World Generation machen. Gut, das ist jetzt nicht mehr so einfach, dafür brauchen wir jetzt endlich auch mal unsere Proxyklassen, die haben wir noch gar nicht genutzt. Die sind hier einfach nur so da und machen im Moment noch nichts. Die brauchen wir diesmal, denn wir müssen nach dem Setup, in dem Setup-Event an sich was ausführen, und zwar nämlich nach der Registration von den Biomen. Denn diesmal muss man für jedes Biom einzeln die World Generation hinzufügen. Das hat den Vorteil, man kann erstens biom-spezifische Generationen ganz einfach machen. Gut, das konnte man im alten auch, wenn man Abfragen gemacht hat. Aber so ist das halt, Probiom kann man da ganz cool, schön Sachen hinzufügen. Und ja, dafür machen wir uns mal eine neue Klasse, die nennen wir, keine Ahnung, Tutorial World Generation. Die tun wir mal ins Package Init hier rein. Und ja, und wir machen einfach eine neue, ja, Static-Methode, und zwar Public Static Void, ja, nennen wir die mal Setup. Und dort kommt dann unser Code rein. Die rufen wir dann, ganz wichtig, in der Common Proxy auf, und zwar in der Setup hier. Das wird ja von diesem Zeug hier dann richtig ausgewählt und hier drüber aufgerufen. Das heißt, dieses Event kommt dann da durch. Denn das ist genau danach, da sind dann alle Biome schon registriert, denn die müssen ja im Registry-Event registriert werden. Und das wird vor dem Setup ausgeführt. Deswegen haben wir damit auch keine Probleme irgendwie, dass das noch nicht vorhanden ist. Denn alle Biome, die es in Minecraft zu diesem irgendwann geben wird, müssen da schon registriert sein, denn sonst funktioniert das nicht. Außer man macht ziemlich viel Blödsinn, aber naja. Das nehmen wir einfach mal nicht an, deswegen machen wir das so. Auf jeden Fall die Vanille-Biome sind auf jeden Fall registriert. So, jetzt sind wir hier in dieser Common-Praxi. Jetzt rufen wir das einfach auf. Das heißt Tutorial World Generation Punkt Setup. Und dann wird unsere Methode hier ausgeführt. Jetzt machen wir hier, ich meine mal einen Kommentar, generate our tutorial blog oder so. Mal einen Kommentar, damit wir wissen, was da ist. Denn wir werden im nächsten Video vielleicht hier noch was hinzufügen. Na ja, jetzt ist erstmal die Frage, wie oder in welchem Biome wollen wir das generieren? Man kann das ganz einfach machen. Man kann zum Beispiel in Biomes gehen. Da gibt es eine eigene Klasse von Minecraft dafür. Da sind alle Biome, die es in Minecraft gibt, drin. Biomes. Und dann hat man ein Biome. Und da kann man dann reinpush auch irgendwelche Features hinzufügen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt nicht nur ein Biome aus... hernehmen, sondern wir wollen das für alle machen. Da gibt es von Forge was, was wir hernehmen können. Und zwar den Biome Manager. Und dort gibt es eine Methode Get Biomes. Und dort kriegen wir dann eine Liste zurück von Biomen, wenn wir hier einen Biom-Type angeben. Dort können wir zum Beispiel ein paar verschiedene Biom-Types angeben. Ich gehe mal hier rein mit Steuerung, kann man dann in diese Methoden reingehen. Und dann gehen wir mal auf Biom-Type hier wieder drauf. Und dann sehen wir, was es hier für Typen gibt. Desert, Warm, Cool, Icy. Da kann man dann zum Beispiel die Biome so leicht untergliedern. Zum Beispiel, wenn es ja nur im Desert, unser Block generiert werden soll. In der Warm-Region, in der Kalten, in der Icy-Region. Das müssen Biome halt selbst dann zufügen. Das wird, glaube ich, hier berechnet. Das könnt ihr euch anschauen, rein theoretisch. Wie das hier gemacht wird. Ich werde diese Methode jedoch nicht hernehmen. Denn das müsste man jetzt viermal kopieren. Oder irgendwie sich die zusammenrechnen. Und das ist ein bisschen umständlich. Ich gehe einfach her und gehe durch die ganzen Biome, die irgendwie registriert sind. Das kann natürlich auch sein, dass dann Nether-Biome registriert sind. Das ist vielleicht nicht so praktisch. Aber ich möchte das einfach überall generiert haben. Wenn ihr das nicht wollt, solltet ihr entweder das abfragen. Ob das eben nicht das Nether-Biome ist. Oder es einfach mit diesem Biomanager.get hinzufügen. Also die Biome dann für verschiedene Regionen bekommen. Dann dort werdet ihr nie irgendwelche End-Biome oder andere Biome bekommen. Ich mache das jetzt aber für alle. Das heißt Forge Registries. Und dann seht ihr alle Registries, die es in Minecraft gibt. Und da gibt es eine Biom-Registry. Und dort kriegen wir dann, wenn wir mit Get-Values, bekommen wir eine Collection von Biomen zurück. Da bekommen wir alle registrierten Biome zurück. So, und mit denen können wir dann irgendwas machen. Und dort machen wir jetzt erstmal eine For-Each-Schleife. Und unser Biom. Und machen das jetzt hier mal so auf, weil das wird ein bisschen länger. So. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schon mal alle Biome durch. Wie können wir jetzt irgendwelche neuen Sachen für Biome hinzufügen? Dafür schauen wir uns, würde ich sagen, einfach mal ein Biom an. Und zwar, keine Ahnung, Biom... Ah, was gibt es hier für Biomen? Ach, die heißen nicht mehr so. Das ist jetzt immer vorne dran der Name. Das heißt, ihr könnt so ein Sternchen machen. Keine Ahnung. Also übrigens, das Öffnerwachen mit STRG-Shift-H. Nur so. Also, dann suchen wir nach irgendwelchen Biomen. Ich nehme jetzt mir zum Beispiel das Biom Badlands. Auch wenn ich das noch nie gehört habe. Keine Ahnung, was das ist. Und wir sehen, hier ist ein ziemlich großer Konstruktor. Dort wird das Biom irgendwie gesetet ab und so. Das werden wir uns irgendwann mal anschauen, wenn wir ein eigenes Biom machen. Im Moment ist uns eigentlich wichtig, was hier steht. Und zwar Add Structure, Add Carver, Add Feature. Wir werden nur das Feature behandeln. Jedoch kann man auch hier Structures hinzufügen, wie man hier sieht. Man kann auch Cavern zufügen. Das macht irgendwelche Caves, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall interessiert uns an sich das, was Underground Ores generiert. Und mit dem Feature Mineable. Dann das sind die Art generierten Erze. Und dort könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, was hier generiert wird. Hier wird zum Beispiel, ja, an sich hier die ganz normalen Sachen. Also hier wird Dirt, dann werden die ganzen verschiedenen Steine noch generiert. Und dann wird zum Beispiel auch die ganz normalen Erze in dieser Biom generiert. Ihr seht, an sich ist das so ähnlich, wie man es kennt. Man gibt hier den Replace oder den Block an, wo es gemacht wird. Da können wir mal drauf gehen. Das ist eine Art Predicate, was eben sagt, das darf replaced werden. Das heißt, hier wird dann zum Beispiel, wenn der Block generiert wird, wird halt geschaut, welcher Block an der Stelle schon ist. Wenn die Default wird, wird erst generiert und dann werden die Features hinzugefügt. Das heißt, dort kann zum Beispiel gar nichts sein. Das heißt, er, es kann aber schon ein Steinblock da sein. Und wenn da zum Beispiel ein Steinblock da ist, das sagt dieses Predicate aus, dann darf das, was hier irgendwie generiert werden soll, geplaced werden und sonst nicht. Dann wird halt hier der Block State angegeben. Dann wird hier noch die Größe angegeben, der Vane. Und dann wird hier noch eine Config angegeben. Die werde ich euch gleich erklären. Auf jeden Fall gibt es auch verschiedene Konfegs. Wir werden beide mal austesten. Und zwar, ja, wollen wir das drüber kopieren? Ne, wir machen das selber. Auf jeden Fall interessiert uns nur das. Die anderen Sachen könnt ihr euch auch anschauen. Die könnt ihr nämlich da auch alle mit hinzufügen, denn diese ganzen, ja, Setter hier, diese Ad Features, Methoden sind alle Public. Deswegen, das könnt ihr dann auch von überall für jedes Biom euch hinzufügen. Das ist ganz cool. Das heißt, man kann auch vorhanden Biome relativ schön und einfach bearbeiten. So, wie funktioniert das jetzt am besten? Auf jeden Fall rufen wir auf Bayern Punkt Add Feature. So, jetzt muss man eine Decoration angeben. Und zwar ist das aus der Decoration-Klasse. Decoration und zwar aus dieser hier, aus diesem Inum Punkt. Und dann geben wir an Underground Ores. Das ist nicht ganz so wichtig, was man mir hier angibt, aber man sollte das akkurat angeben. Das bedingt ein paar Settings am World Generator. So, und hier kommt dann unser sogenanntes Feature rein. Und das müssen wir irgendwie noch erstellen. Das geht mit Biome Punkt Create Composite Feature. So, das ist ziemlich lang. Deswegen, das wird wahrscheinlich auch in mehreren Zeilen gehen. Das sieht dann zwar nicht so schön aus, aber sonst kann man es gar nicht mehr lesen, wenn es irgendwann hier hinten rausgeht. Auf jeden Fall zuerst müssen wir das Feature anzufügen. Unser Feature ist, ja, Mineable heißt das. Das an sich bedingt, das ist ja, das ist eine Art, das hat es jetzt hier leider ein bisschen doof hinzugefügt. Ich mache das so. Das bedingt an sich, dass es halt ein gemeintes Erz ist, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall setzt das so ein paar Sachen fest, wie zum Beispiel, welche Config es hernimmt und so weiter. Dann müssen wir hier unser, ja, sogenannte Config angeben. Und zwar gibt es da die New Mineable Config müssen wir angeben. So, und in die kommt jetzt wieder einiges rein. Da kommt jetzt erstmal das Predicate rein. Dort können wir ein eigenes Predicate uns definieren. Ich werde das auch machen, denn ich möchte euch das zeigen. Und das geht ganz gut, wenn wir das nämlich in der Oberfläche generieren lassen. Denn sonst ist das immer schwierig, euch das zu zeigen. Deswegen werde ich hier reinschreiben, dass es nur Blocke replacen darf, die R sind. Wir werden danach auch noch ein Feature anzufügen, was das auch im Boden generiert. Das kann ich euch dann nur wahrscheinlich nicht zeigen, weil ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu suchen. Naja, auf jeden Fall, wie funktionieren Predicates an sich? Ein Predicate ist an sich ein Interface, was ein Boolean zurückgibt. Und das bekommt einfach diesen, ja, Block State. Ja, und das geht relativ einfach. Wir gehen einfach hierher, bekommen den Block. Ja, und sagen hier Block, Block. Und zwar, wenn der Block gleich Blocks.r.getDefaultState ist. Das heißt, dann ist es ein R-Block, das heißt, dann darf es replaced werden. Dann gehen wir hier an den State, der replaced, also der geplaced werden soll. Wir wollen zum Beispiel unser Tutorial-Block generieren. Das heißt, dann gehen wir hier an Tutorial-Blocks.tutorial.getDefaultState. Wenn ich hier Minecraft-Becke wollte, dann geht das über Blocks. Und dann Minecraft-Block.getDefaultState normalerweise. Wenn der Block verschiedene States hat, das haben wir zwar noch nicht gemacht, aber dann könnt ihr das euch auch holen. Da gibt es dann die Methode getState und so weiter mit withRotation zum Beispiel oder withMirror. Und da könnt ihr dann das hinzufügen, dass, wenn ihr das nicht wisst, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt mich da in die Kommentare anfangen, dann werde ich euch das zeigen. So, was müssen wir hier angeben? Hier müssen wir die Size angeben. Das ist an sich die Veinsize. Ich gebe da mal 12 zum Beispiel an. Das ist dann ein bisschen größer. Das heißt aber nicht, dass die alle 12 groß sind, sondern das ist der Richtwert. Normal sind die ein bisschen kleiner. Das heißt, ja, das ist so ein alles random bisschen. Das soll natürlich auch nicht so gleich aussehen. Deswegen ist das ganz gut so. So, und was kommt hier noch hin? Hier kommt der Base Placement hin. Dort gibt es von Biome einen Wert, und zwar Biome.countRange. Und was sagt das aus? Wenn wir hier mal reingehen, ist das an sich hier eine Art Base Placement-Klasse. Das sagt jetzt nicht so viel aus, aber wenn wir hier reingehen, sehen wir, das ist an sich der Generator. Der generiert uns dann an sich, ja, wie nennt man das, unser Herz oder unseren Block. Und zwar steht hier drin, was ausgeführt wird, wenn dann an dieser Stelle was generiert werden soll. Hier steht nämlich die Generate-Methode drin. Das bekommt ihr ganz, ganz viele Übergabewerte, die ein bisschen kryptisch aussehen, wenn man das nicht kennt. Mit hier zum Beispiel diesen ganzen Generics und so. Auf jeden Fall steht hier drin, dass in einem Chunk von der Conflict der Count durchgegangen wird. Dann wird das eben x-beliebig mal, in unserem Fall, glaube ich, 12 machen wir da, nee, 12 machen wir nicht angeben. Das geben wir dann in der Conflict an, die gleich noch kommt. Rotieren wir das, dann generiert uns das hier ein paar Random-Werte. Ein x, ein y und ein z-Wert. Und dann, ja, führt das an sich diesen Set-Befehl aus. Und ja, damit wird dann unser Block hier an sich generiert. Es gibt hier auch noch eine andere Conflict, die werden wir danach noch anschauen. Und zwar, also gestern gibt es hier noch ganz viele Count-Range-Conflicts, die generieren das ganz alles ein bisschen anders. Es gibt ja noch Change-x-beliebige Conflicts. Auf jeden Fall gibt es noch die Dev-Average-Conflict. Und die ist noch ganz praktisch, denn dort gibt man eine, ja, Average-Höhe an und dann wird das um diese Höhe, um einen bestimmten Wert, ja, alternierend an sich herum generiert. Und das sieht auch noch ganz praktisch aus, dass wir euch auch noch zeigen. So, was müssen wir als letztes angeben? Hier kommt dann nämlich unser Config hin. Und zwar, das ist dann vom Typ Count-Range-Conflict. Und zwar nehmen wir die Count-Range-Conflict. So, als erstes geben wir an, wie oft das pro Chunk generiert werden soll. Ich gebe jetzt da mal 20 an, damit man das relativ häufig sieht. Denn da wir nur an der Oberfläche das generieren, wird das dann eh nicht so häufig generiert werden. Denn mit dieser Conflict kann man nicht eine Art Mindesthöhe angeben. Kann man schon, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall gibt man hier normalerweise eine minimale Höhe an. Dort gibt man eine ja maximale Base-Höhe an. Das ist so ein bisschen unspezifisch. Ihr könnt euch das anschauen, wie das dann hier ausgeneriert wird. Wenn man in diese Klasse reingeht, wird an sich hier einfach die x- und z-Koordinaten generiert. Und hier wird diese Höhe an sich berechnet. Der Wert setzt sich zusammen, indem wir hier die maximale Höhe und davon die minimale oder die maximale Base-Höhe abziehen. Keine Ahnung, da bekommen wir jetzt meinetwegen nicht 100 raus. Dann generieren wir hier einen Random-Wert zwischen 0 und 99. Und addieren dann noch die minimale Höhe draus. Das heißt, die minimale Höhe ist auf jeden Fall die minimale Höhe. Diese Max und Height, das kann man sich überlegen, ob man das überhaupt angibt. An sich kann man diese Max-Height auch immer auf 0 setzen. Dann ist diese maximale Höhe an sich auch wirklich die maximale Höhe plus die minimale Höhe. Das ist ganz wichtig, dass man das noch beachtet. Ich werde das jetzt mir relativ einfach machen, da ich das nur in der Oberfläche haben möchte. Und da diese Config, wie wir das gemacht haben, das auch extra nur kurz über der Oberfläche ausführt, diese Generation, bis kurz über die Oberfläche, können wir nämlich hier einfach angeben. Minimale Höhe, ja, 0. Maximale Base-Höhe, ja, auch 0. Und die maximale Höhe ist 256. Das heißt, es sollte das eigentlich überall generieren, da aber das schon gelimited ist über das Feature Minable, wird das nur bis kurz über die Oberfläche und ganz nach unten generiert. Da wir aber angegeben haben, dass nur eher replaced werden soll, wird das dann nur knapp über der Oberfläche generiert. Und das ist an sich genau das, was ich euch zeigen möchte, denn dort kann man das dann nämlich ganz gut sehen. Wenn ihr das natürlich nicht haben wollt, dann solltet ihr hier andere Werte angeben, wie ich, beziehungsweise müsst ihr gar nicht. Hier könnt ihr natürlich die gleichen Werte angeben, aber ihr solltet natürlich hier dann ein anderes, ja, ein anderes Predicate angeben. Wie man das hier sieht, geben die hier einfach an, das Predicate is Rock, Minable Config.is Rock. Das ist an sich einfach, ja, wenn man hier reingeht, wird hier halt geprüft, ob das ein Steinblock ist und dann wird hier halt noch geschaut, ob es ein Granite, Diorite und so weiter Blöcke sind. Ja, das könnt ihr einfach dann machen und wie wir sehen hier, machen die das meistens genauso. Oft geben wir auch einfach hier 0, 0 und dann die maximale Höhe an. Ja, das könnt ihr an sich genauso machen, denn diese maximale Höhe ist dann wirklich auch die maximale Höhe, wenn ihr das alles auch an drauf 0 setzt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, das ist natürlich jetzt echt ein langer Schlauch. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier noch eine andere Config, die möchte ich euch noch zeigen. Jetzt habe ich natürlich das Biom geschlossen, na egal, wir können es nochmal öffnen. Und zwar diese Average Config, die können wir uns zum Beispiel hier von dem Lab is Lazuli Erz rüber kopieren, denn die nutzt das. Death Average. Und das können wir uns einfach mal rüber kopieren, was das ist. Kopieren wir das einfach mal hier und das können wir nämlich einfach hier schön einfügen. Das Einzige, was wir ändern müssen, ist, dass das durch das Biom hier replaced wird und schon haben wir noch einen Fehler. Okay, ja hier, dort dürfen wir natürlich nicht das angeben, sondern müssen auch Biom Punkt Death Average hinschreiben. So, und jetzt haben wir noch irgendwo einen Fehler. Ja, hier fehlt auch noch Biom. Ihr seht schon, kopieren ist doch nicht so gut. Naja, auf jeden Fall ist das an sich das Gleiche, relativ. Wenn wir hier so durchgehen, sieht das alles genau gleich aus, bis auf hier. Okay, hier geben wir halt dann ein anderes Predicate an. Hier geben wir einen anderen Block an. Ich werde jetzt in meinem Fall natürlich mal irgendeinen anderen Block hernehmen. Da wir keinen eigenen haben, nehmen wir einfach mal Blocks, Punkt, ja, was nehmen wir da am besten her? Black Wool oder so, Punkt Get, Default State, ist ja egal. Ich generiere das auch in Massen, keine Ahnung, so 20 Stück. 20 Wayne Größe eher, muss ich sagen. Und jetzt die Death Average Config, wenn wir hier reingehen, sehen wir, gibt es einen Count, wie wir es kennen. Den setze ich auch mal ziemlich hoch, damit das häufig generiert wird. Und dann gibt es die Average High und den Spread. Die Average High ist halt, ja, wie man meint, die Average Höhe. Keine Ahnung, die geben wir jetzt mal zum Beispiel 48 an. Und dieser sogenannte Spread gibt an, wie weit um diese Höhe das herum generiert werden kann. Das heißt, wenn wir hier 16 angeben, kann das von einer Höhe von 64 bis 32 generiert werden. Und ja, damit haben wir auch eine andere Config. Und damit können wir auch Erze generieren. So, ich starte das jetzt mal. Und wir sehen uns gleich in-game. Natürlich solltet ihr eine neue Welt generieren, das ist ganz wichtig, denn es müssen neue Chunks generiert werden, damit eure Generation wirklich in Kraft tritt. So, wir sind nun in Minecraft und wir können sehen, wir sehen hier schon mal auf jeden Fall unseren Tutorial-Block. Der wurde schön generiert. Und zwar so gut wie in jedem Biom. Es laggt auch ziemlich gerade noch, aber gut, das liegt daran, dass ich gerade die Welt generiert habe. Und in Eclipse leckt es immer deutlich. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch das Erz unter der Erde. Da gehen wir mal in Spectator-Mode. Vielleicht kann man das hier ganz gut sehen. Unsere Wolle. Wenn die irgendwo hier generiert wurde, sollten wir die ja eigentlich sehen können. Ich glaube, hier haben wir Wolle. Ja, das ist Wolle, auch wenn ihr es wahrscheinlich im Video nicht sehen werdet. Es ist auf jeden Fall generiert worden. Und ja, damit bedenke ich mich fürs Zusehen. Das ist ein kleines Jahr-Generations-Tutorial. Es werden sicherlich noch irgendwelche Folgen, denn man kann so viele Sachen mit dieser neuen World Generation machen. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.